Unser Tag heute war so wie dieser Ausblick hier. Du hast dich voll auf mein Kabel gesetzt. Oh nein! Kabel geht davon ja nicht kaputt. Wir haben uns hier jetzt, das einzige was wir hier noch bekommen haben ist so eine Backpackerabsteige und das Bett ist eine Katastrophe. Den Ausblick habe ich gerade gesehen. Ja, heute war so ein semi-guter Tag würde ich mal sagen. So automäßig. Ach, ich habe jetzt auch gar keinen Bock darüber zu reden. Das machen wir morgen. Deswegen gibt es auch nur hier so ein kurzes Video. Wir sind heute echt fertig. Der Akku von der scheiß Kamera war leer. Ach, wir sind heute einfach nur genervt. Deswegen gibt es heute nur eine Statusmeldung. Wir leben. Wir leben, ja. Wie? Wir leben. Das sei dahingestellt. Aber wir leben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bis. Bis morgen. Bis. Bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Damit surnn wir'm, ey. Ah!